So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Die Rocket-Übernahme ist gestartet, hat begonnen, ihr könnt Frustration verlernen, ihr könnt die Spezialforschung machen, um Krypto-Growdown zu besiegen. Am Wochenende gibt es Krypto-Mewtwo-Raids, wer da noch Bedarf hat, Mewtwo ja das stärkste Pokémon, in der Krypto-Variante natürlich noch stärker. Adi mal jetzt nicht, es ist gerade wichtig, ja. Es gab wieder eine, also neben der Spezialforschung gab es auch eine befristete Forschung im Heute-Tab, die man machen konnte, die hatte zwei Seiten, für jeden, gratis, kostenlos. Und es gab eine Ticket-Forschung, es gab ein Ticket, da hat man eine Seite bekommen, wo man noch was kriegen kann. Jetzt gibt es ja viele Leute, die kaufen sich keine Tickets. Ich habe ja auch gesagt, Free-to-Play, ich kaufe mir nichts, aber die Zuschauer, die Leute, die Community schenkt mir ab und zu Tickets. Jetzt, wenn ich so ein Ticket bekomme, dann möchte ich auch euch zeigen, was nun in der Ticket-Forschung überhaupt drin war und was meine Encounters sind, wie gut das war, wie schlecht das war, ob sich das überhaupt lohnt. Einmal Dankeschön an Upins Tierheim, also so heißt der Pokémon-Go-Spieler, Upins Tierheim hat mir die aktuelle Ticket-Forschung für das Rocket-Event geschenkt. Deswegen heißt mein Buddy auch gerade, Upins Tierheim. Dann war ich ein bisschen faul, weil ich schon wieder so viele Dinge gleichzeitig machen musste. Also für Groudon, da werdet ihr ein Video live draußen vor Ort sehen, wie ich den bekämpfe. Crypto Mewtwo werdet ihr live draußen im Video sehen. Hier zeige ich euch jetzt kurz eine Zusammenfassung. Ist für mich einfacher, passt einfach in den Tagesablauf so besser rein. Das ist die befristete Forschung Team-Go-Rocket auf der Spur, die man kaufen konnte. Und ihr seht, die Aufgaben sind, besiege einen Team-Go-Rocket-Rübel, besiege zwei, drei, vier, fünf, sechs. Man muss also dafür nur sechs Team-Go-Rocket-Rübel besiegen, kriegt jedes Mal ein Teil, ein Teil vom Rocket-Radar, eine Scherbe, wie auch immer. Ja, und dann hast du unten noch eine Begegnung. Hm, mit was, was da wohl drin sein wird, das werden wir euch gleich zeigen. Und es gab die Welt voller Wunder Übernahme, dass eben für jeden im Event-Tab gratis fange fünf Pokémon vom Typ Unlicht, 10 Unlicht, 15 Unlicht, 20 Unlicht, 25 Unlicht. Ist an sich auch ganz easy, gibt es eine Pokémon-Begegnung. Ich habe das mal abgeschlossen, da war es gar lügt drin. Gibt es ja schon länger als Shiny, kann jetzt im Event auch wild gefangen werden. Er hat normal an 12 Kilometer Eier gebunden, jetzt Skalük kannst du auch in der Wildnis fangen für einen Hunderter, für einen Shiny. Warum nicht? Auf der zweiten Seite, also das ist mein Skalük, zwei Sterne hat das gehabt, okay. Auf der zweiten Seite kam dann noch, fange sechs Krypto-Pokémon, fange zwölf Krypto-Pokémon und erlöse sechs Krypto-Pokémon. Das habe ich noch nicht abgeholt, deswegen gehen wir jetzt mal live zurück ins Spiel auf unsere Events. Hier steht Event-Tab, da holen wir erstmal das ab, was ihr auch alle habt. Welt voller Wunder Übernahme. Hier gibt es nämlich Bären, die nehmen wir mit. Und hier noch eine Begegnung, dann ist das Ding abgeschlossen. Das ist das Kostenlose, was jeder haben kann. Hier ist Gladiantri drin, war auch angekündigt. Gladiantri ist ja auch eigentlich nur in den zwölf Kilometer Eiern, kann schon lange shiny sein. Manche haben das, manche haben das nicht. Hier hat man jetzt also die Möglichkeit, nochmal schönen Gladiantri mitzunehmen aus einer Quest mit Mindest-EV. Auch zwei Sterne, elf, zwölf, elf. Hat sich ja auf jeden Fall mega gelohnt. Gut, das ist jetzt also die Ab-ins-Tierheim-Forschung, wo ich noch einen super Brüter bekomme unten. Ein Rocket-Radar und ein Pokémon erscheinen. Was wird da wohl drin sein? Ich hole mir jetzt erstmal diese ganzen Rocket-Radar-Teile ab. Den Rocket-Radar direkt. So, und eine Begegnung mit Gladiantri. Schon wieder. Ich habe gerade mir die WP nicht gemerkt, aber ihr wisst ja, aus der Forschung sind die immer alle Level 15. Aus Rates Level 20 oder 25, je nachdem, ob Wetterboost ist oder nicht. Wenn das also, ich, warte mal, ich vergleiche jetzt mal so. Ich vergleiche mal so. Oh, oh, das hatte 584. Das aus der Ab-ins-Tierheim-Forschung hat 600. Ist also deutlich besser. Hat sogar drei Sterne mit 13, 15, 12. Aber damit mache ich eigentlich nichts. Für mich ist das Teil unwichtig. Hier sitzt sogar ein Skalük. Wild. Das brauchen wir aber jetzt auch nicht. Und damit ist die Bezahlforschung schon abgeschlossen. Und ich dachte, was willst du dafür für ein Video machen? Rausgehen, alles vor Ort hin und her. Machst du nebenbei beim Einkaufen mal wieder. Aber nimmst jetzt nicht alles mit. Und ja, hab das jetzt abgeholt. Für euch, dass ihr das seht. Was in dieser Forschung drin war. Hat sich das gelohnt? Ja, nein, vielleicht. Ich sag, ohne das geht's auch. Der eine Brüter ist vielleicht cool. Aber ansonsten war's das. Also das Gladiantri, hätte ich drauf verzichten können, ist jetzt kein sinnvolles Pokémon für mich. Und die Rocket-Teile, die kriegst du ja eh, wenn du ein bisschen kämpfst, kostenlos. Also für mich, das ist ein Ticket, was kein Mensch braucht. Aber trotzdem, danke, ab ins Tierheim, dass du mir das Ticket gegeben hast und dieses Video ermöglicht hast. Damit das Video trotzdem nicht ganz so kurz ist, habe ich aber jetzt noch was anderes vor. Und zwar ist Knabon eingeführt worden. Noch nicht so lange im Spiel. Musste man auch brüten. Ich habe vier Stück gebrütet gehabt. Wenn wir die hier sortieren, dann seht ihr auch. Mein Gott. Gut, das sind die vier Knabon, die ich hab. Zwei Sterne. Drei Sterne. Drei Sterne. Und nochmal drei Sterne, sogar mit 15 Angriff. Jetzt ist das Besondere bei dem natürlich gewesen, das kann sich zu zwei verschiedenen Pokémon entwickeln. Entweder Geist oder Psycho. Und dementsprechend musstest du das als Buddy nehmen. Und dann kämpfen gegen Geist-Pokémon oder eben gegen Psycho-Pokémon. Man kann das gut mit einem Freund machen oder mit einem zweiten Account. Das kann sich jetzt zum, steht ja hier, Besiege 30 Pokémon vom Typ Psycho. Das kann sich zum Psycho entwickeln. Das kann sich zum Geist entwickeln. Die anderen zwei können sich nicht entwickeln. Das heißt, ich möchte die zwei trotzdem jetzt für das Video entwickeln. Ich mache den Namen auch mal weg. Das bleibt jetzt neutral. Ist für mich auch neuer Pokédex-Eintrag. Für die Level 50 Quest, Entwickl 50 Pokémon, zählt das auch gleich noch mit dazu. Das ist ja so kompliziert. Die steht nämlich auch noch aus. Die Meisterwerk-Forschung steht aus von der Shinaya. Krimanzo. Ja, neuer Pokédex-Eintrag. Nehmen wir mal so mit. Einäschern Hitzewelle. Der sieht aus wie so ein Power Ranger. Das muss man schon sagen. Und jetzt können wir den auch entwickeln. Und machen hier den Geist draus. So, nochmal. Dann pack mal das. Ich wusste nicht, wo ich das sonst machen soll. Aber weil das ein besonderes Pokémon ist, habe ich gedacht, packe ich das in irgendeinem Video mit rein. Und hier hat es sich jetzt angeboten. Deswegen wollte ich das am PC machen. Da ist es auch gemütlicher, chilliger. Die Qualität vom Labern ist besser. Azogladis. Auch Pokédex-Eintrag. Musst du immer Gummipuppe rausholen. Also der sieht schon stark aus. Also ich muss sagen, wenn ich beide vergleiche, auch einäscher in Hitzewelle. Haben alle einfach Feuer oder was? Feuergeist. Hä? Zeig mal an. Ach nee, warte mal. Knarre. Knarrebohnen. Feuer Psycho. Feuergeist. Der ist okay. Aber ich finde den hier. Den finde ich mega stark. Also der sieht einfach richtig genial aus. Wie hoch kommt so ein Teil? 3.500, 3.500. Die werden wohl relativ gleich sein von den Werten von den WP. Aber haben halt unterschiedliche Typen so. Habt ihr auch schon Azogladis entwickelt? Habt ihr Cremanzo entwickelt? Welches von beiden feiert ihr mehr? Den werde ich jetzt hier irgendwie drin lassen. Und bedanke mich nochmal bei Ab ins Tierheim. Und an den Rest, die immer fleißig irgendwelche Tickets giften. Ich bin also hiermit fertig. Muss jetzt im Spezial-Tab eine Rocket-Welt. Denn das ist das, wo man dann auch Giovanni begegnet. Wo man gegen Crypto Groudon. Da mache ich ein extra Video aber dazu. Da wird was kommen. Für die Meisterwerk-Forschung mit Shiny Shamian. Da wird auch extra was kommen. Hier, keine Ahnung, das mache ich so nebenbei. Die ganzen Level-Up-Videos, die müssen ja auch kommen. Ich brauche also mal einen Tag, wo gefühlt nichts los ist in Pokémon Go. Um alles, was bis jetzt schon aufgenommen wurde, mal rauszuhauen. Und momentan ist viel los. Das ist ja das Problem. Das war es von weiterer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und habt ihr euch das Rocket-Ticket gekauft? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Dankeschön, Ab ins Tierheim. Bis zum nächsten Mal.